jo alle leute ist wieder am start willkommen zu einer erneuten episode von road to commander dabei natürlich wieder mit den santanos und natürlich ist fusion auch wieder am stiesel so maps slums und mal gucken wie die runde mal wieder so wird erlaufen laufen ach komm ich bin mir nicht den wiki du ende oh tut mir leid der headshot war verdient läuft bei dir wie der dame schimmel ist da riskiert mich einiges kurze option gucken ob sound effekt eingestellt sind ja ist ein richtig eingestellt wollen noch nicht dazu laut dass wir die zuschauer nicht so schön irgendwo war die eingenommen die säcke wir müssen glaube ich zählen die nehmen wieder ein unsere leute nein 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 weil direkt ist bei mir ist alles ready hellstorm for the win bitch nein der killt mich oh scheiße die kann ich nicht hinfeuern da na was ernsthaft ich habe die hellstorm gefeuert das macht die kein kill die scheiße und bei uns die leute gehen raus ja geil jetzt kommen mir zwei gegner bei mir was soll ich da machen alter toll alter ich lasse da kommen alter ja die können sich mal ficken die säcke jetzt hau die mit dem orbi weg digger da kommen wir schlagt in kein panik solche direkt säcke doch alter manchmal schlucken die ne das ist nicht mehr normal man was was du hast ja geil wenn die kommen ich zieh mit drauf jetzt gehen die raus jetzt quitten die gegner weiße da könnte ich ja kurz ich höre ich doch warum dann hätte es gleich lasse gesagt ja ich habe das gehört ich habe gehofft dass er durch auto stirbt wäre nämlich super wenn er durch auto sterben würde ich mal punkte kriegen weiße oh jawohl von dir der orbi ja alter zweikampf ich habe auch ein orbi ne ach die habe emp gemacht scheiße ich muss kurz äh das war meine waffe scheiße ich sehe nichts mehr scheiße ich sehe nichts mehr scheiße hier orbi ich sage es Applaus aber ich weiß nicht noch sie äh auch ich weiß nicht mehr aus 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 Nein, was? Was? Nein, Alter Digga Das gibt's nicht Ich war um die Ecke schon Nur noch drei Kills von Nuklear So eine Scheiße Ich wäre der erste gewesen Von uns der jetzt den Nuklear geballert hätte So eine Rotz Warum gehen die Randoms denn raus So eine Scheiße Nein Drei verdammte Kills Und ich hab Orbi, Blitzschlag wieder und Hellstorm Digga Also das ist ärgerlich Naja, was will man machen Mann, 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 Mann Da könnte man kotzen Da könnte man echt kotzen Ah, bitter Einfach nur bitter Mensch, Mensch, Mensch Guck mal, ob wir schon bestellen die Drecke Oh Der Orbi hätte ich jetzt schon im Kasten, Alter Ey, das ist so bitter Oh mein Gott Wie ich gestorben bin Ey, das war jetzt voll behindert Wenn ich jetzt so einem Objekt gestorben wäre, wäre es noch ärgerlicher gewesen Ja, war zum Glück nicht der Fall Komm Mann, Alter, ey Ätzend Richtig ätzend Wow Komm, du denn her Mit einer Grenade Oh, was? Oh, die ist Diese Lachs-Goper, ne? Das ist nicht mehr normal Ach, scheiße, ey Quitten die raus, ey Ich hätte viel mehr Kills gemacht Ich hätte dann auch schon den schönen nuklear bekommen Ach, kommt der mit Geist auf einmal Ach, scheiße Nur noch am Sterben, jetzt Das ist echt ätzend Ah, dabei lief es so gut Ey, so awesome gut, ne? Vital vom wenigsten die Vital, Alter von dir, nein Warum spielt der mit Vito, Mann? So eine Scheiße, ey Oh, yeah Und da quitten die Gegner schon wieder Das ist so behindert Das ist so behindert Mann, Mann, Mann Oh, ja Jetzt gehen die wenigsten zu C Warum nimmt noch C ein? Scheiße Oh, Mann, ey Mann, 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 Mann Ah, das ist immer noch so ärgerlich mit dem Nuklear, ne? Wie ich gestorben bin Ich war schon um die Ecke Dann schießt der mit der MP7 und killt mich Die Drecksau Mann, Mann, Mann Ärgerlich, ärgerlich Aber gut 45,4 Kann ich nicht meckern Und ich würde sagen, Leute Wir sehen uns dann gleich In der nächsten Runde Wieder Und weiter geht's, Leute Auf dem App After Maze Scheiß Mathe Kann man so sagen Und ich würde sagen Weiter geht's mit Herrschaft Die erste Runde War ja schon eigentlich sehr gut vorgelegt Muss ich schon mal behaupten, ne? Auch wenn man Drei Kills von Nuklear gestorben Ist wegen MP7-Schütze Was ziemlich ärgerlich war Ach, oh Achso, achso Ich hab nun die Esminus zerstört Äh, aber naja Das passiert halt Den besten Spielern auch Und, äh Da kann man nix machen Okay, ich will jetzt Ich will jetzt noch kein BI nehmen Ich lauf da nicht alleine rein Das ist einfach nur zu riskant Ich lauf da lieber rein Und geile mir, wenn die Punkte Weil, guck, da ist nämlich schon wieder einer Ja, hier Ich mag mein Zephira, du Drecksack So Zephira in your face, bitch In your face, bitch Bitch, place Ich will wen noch nicht einnimm, Digga Das ist mir immer noch zu riskant Das ist bei After Maze hier Nicht so sicher Hä, wo ist denn da einer Was? Scheiße, die haben B eingenommen Wenn ich jetzt B hätte, hätte ich Hellstorm Und Blitzschlag Aber Ja, ich Oh, da nimmt jemand ein Verrägt, Digga Boah Weg hier, weg hier Lauf, 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 lauf Weg da, weg da Herzinfarkt Herzinfarkt Eingetroffen Sehr ärgerlich Sehr, sehr ärgerlich Ach, scheiße Der war Lol Ich hab den kurz durch die Wand gesehen Das verstehe ich jetzt zwar gar nicht Aber okay Ja, da haben noch Leute gesagt Warum ich es doch mit MSNC zocke Nur mit dieser Waffe Spiel Einfach nur aus dem Grund Dass ich mit der Waffe einfach Ohnumals meinen Spaß habe Und womit ich Spaß habe Damit zocke ich ja auch Ist ja klar Oh, 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 oh Wir haben B eingenommen Scheiße Diese EMP-Granaten Gehen mir gerade so auf den Zünder Glaubst du gar nicht Oh, ne Type Der hat mich gesehen, der Sack Was? Oh, nein Ein Verorbi Oh, kotze, 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 kotze Alter Was soll das? Oh, Orbi Jawohl Sehr schön Sehr schön Auch wenn ich den Orbi jetzt auch safe hätte Ich will den da oben haben Warte, kriegst du den? Da kommt noch einer Da kommt noch einer Ich hole den mir Der kommt andersherum wieder Komm und zeig dich, du Bratze Sehr schön, das tut So, ich gehe jetzt hinten lang Bei A So, holen wir die mal weg Okay, unten wird jetzt auch gleich die Party abgehen Komm, trau dich Was? Hätte er mich jetzt gekillt Ich wäre feindlich geworden Aber hat er nicht Dank für deine MP7 Da war noch einer Pass auf Du bist kurz vor irgendwas Ich gehe mal gucken Warte, ich gucke vor dir Nee, ne? Ach, der liegt da unten Nein Oh, das war jetzt mal richtig bitter, ey Digga Ärgerlich Ab, ab Was? Ich dachte, der wäre tot Ich lade schon nach Nein Kennt ihr das, Leute? Ihr denkt, der wäre tot Und lädt schon nach So aus Reflex Kennt ihr, ne? Ich nehme B1 wieder Einfach nur, um eine Forschung zu sichern Weil die Runde ist sowieso jetzt Ende, weißt du? So Ich suche Gegner Für mich Aber irgendwie finde ich hier nur Eine S-Mine Wenn die nicht da gewesen wäre Double Kill wäre safe gewesen Naja Gut Ab zur nächsten Runde Und dann schauen wir mal So Und weiter geht's in der nächsten Runde Auf Aftermaths Scheißmatte So Ich gehe mal oben Rüber Weil 100% von dir auch einer Ja, da kommt auch einer Springt der unten rein Ne, da kommt gleich einer Ne, der sitzt hier in der Ecke, der Wichser Ach, da oben drauf sitzt der mit Pumpe Nein Ich dachte, der wäre dahinter Sitzt der da oben drauf Ah, ätzend Ja, C4 in your face, my bitch Wir müssen jetzt B einnehmen Ganz klare Kiste Wenn ja gleich der Pumpenspieler kommt Oh, 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 oh Da kommt ja auch der Pumpenspieler Ich wusste es Oh, ich war mir jetzt nicht sicher Ob der von rechts kommt Oder von der Mitte Jetzt sind die wieder B ein Lauf doch mal dahin, du Depp Was macht der da, wenn ich kacke Wo ist der Drecks Pumpenspieler, ey Der geht mir so auf den Zünder Ich will den weg haben Pass auf, da oben sind welche Oh, sehr schön, sehr schön Komm runter Wo ist der Ricksack? Ah, ich darf dir auch mal was können Ich habe hier gerade die Runde sehr schön abgeliefert Diese Scheiß Rauchgranate, ey, ätzend So Weiter geht's, weiter geht's Die laufen aber auch jetzt so ein bisschen doof Muss ich dazu sagen Nein, wie der mich noch gekriegt hat Oh, meine Türe Oh, komm, geh weg von mir So Mann, 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 ey Oh, jawohl, sehr schön Jetzt läuft's bei Ihnen Vielleicht schafft er jetzt den Orbi Ach, den Nuklear Das wäre richtig nice Richtig nice Wäre das richtig nice Digga, hier wird nicht geschimmelt So Wir einnehmen Digga, komm Kriegst du vorne auf Safety First Punkte Hab ihn, hab ihn, hab ihn Verbindungstechnisch hier nur am Längen Bin hier oben, du Dreck sack Den hab ich schon getrollt Oh, nein, dann kommt er um die Ecke nach einer halbe Stunde, wo der erst gescheckt hat, dass die S-Mine aktiv ist Dann kommt erst mal ein Blitzschlag Der nix trifft, geil Ja, 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 sechs vor Dann mach Guck auf die Zeit, Digga So Ich war eben drei vor, bin dann gestorben War auch richtig doof gestorben Hätte echt nicht sein müssen Aber naja Wäre eine richtig nice Episode gewesen Du, ich hab auch Lukler und du machst einen Voll geil gewesen Aber Von hinten, nein Gibt's irgendwas im Himmel oder so zum Abballern? Ne Oh, die Zeit Es wird knapp Es wird knapp Es wird richtig knapp, meine Freunde Nein So, es wird noch eins zu nehmen Aber ich glaube, ich zeitlich nicht mehr Oh, nein Ja, wegen dem Bitschlag nicht mehr Nur deswegen Sanhanas und Cyborg ist gestorben Ach, das war ich ja Ja, ich weiß nicht, ob du den jetzt geschafft hast Kannst ja mal schreiben Oh Oh, knapp, knapp, knapp Du hättest nicht schreiben sollen Du hättest lieber machen müssen Gut Leute, wir sehen uns dann gleich wieder In der nächsten Runde Und weiter geht's Auf dem Map Slum schon wieder Herrschaft Und dann geht's auch direkt hier zur Sache Ich bin der Einzige, der hier C einnimmt Da kommt noch ein anderer Der schnell C mit mir einnimmt Und dann gehen wir direkt durch Zu B Oh, schade Ah, die Taktikanstieg Ja Schon so'n Sack Von wo, Alter Ich glaube, ich bin jetzt durch Weil ich den hier haben will Du stirbst, Digga Komm, zeig dich Alter, Herzinfarkt Da liegt so zufällig eine Vollmann-Niegelschoss Rum und so Oh, nee, fuck Da kann ich nicht lang Ich versuche rechts Um zu zingeln Ich will beeinnehmen Aber da komme ich nicht zu Ja, toll Jetzt haben wir A und B Sporn die im Haustrenner Ja, jetzt kommt er von rechts Nein Schieb der Jede Runde habe ich jetzt gestartet Mit blutrünstigen Killer Ach, blutrünstigen Ja, doch Leute, sind alle rausgegangen Bis auf drei Ja, dann würde ich B einnehmen Ist ja klar Wenn man dazu So schierlich einnehmen kann So, B eingenommen 200 Punkte sicher Liegt gegenüber noch eine Waffe rum Ja, DMC7 Schalldämpfer Okay Glaube ich auch mal da hinten Zu zäh Wieder da Guck mal Ich wusste es Deswegen gehe ich immer hin und zurück Normalerweise Weil die meisten da irgendwo sitzen Aber Das ist nicht immer so einfach Guck mal Ach, jetzt sitzt der da Und wie sieht die ganze Zeit an Ernsthaft Ey, das ist so ein dreckiger Schimmler Den hole ich mir jetzt von hinten weg Alter, kostet was ich wollte Ist nicht mein Auto Oh, man geht noch nicht Da glaube ich jetzt nicht nochmal lang Genau deswegen Ist dieser Wissos gestorben? Nein, immer noch fliehen will Oh, dann kommt wieder einer von hinten Ich will diesen Wissos da killen Der ist übrigens am Schimmel bei 10 Diesem Kackhaus Da guck, wieder eingekillt Verzieh dich, alter So, C4 in die Fräse, alter So, dreckige Sau, alter Hier am Schimmel Oh, scheiße Fuck Ich dachte, das wäre ein Verbündeter Dann Habe ich auch noch die FAJ gerade gewechselt Gut Es geht weiter Der Wächter Äh, lauft doch mal hier Kloppen die sich dann alle hier Wir sind da schon extrem hier nah in C drin Ich glaube mal rüber zu A Da kommt auch schon einer mit Hardscope In my face 9,6 Naja, die Runde ist jetzt Übelster Käse Aber ist egal Ist langbar gewinnen Und dann sekundär diese Scheißpistel da auspacken Mann, Mann, Mann Durch Wächter gestorben Geil Ach, nee Ja, ist vorprogrammiert Zwei geile Runden, ne Und eine Scheißrunde Ist immer vorprogrammiert Und wieder eine Hospigration Ja, überbrücken wir doch diese Wartezeit Eben mal mit dieser kleinen Werbung hier Nutzen wir die 15 Minuten Pause doch sinnvoll Ich mache mir jetzt erstmal was hier aus diesen leckeren Zutaten Hm, ich denke da An einen Burger An zwei An drei Und vielleicht auch an vier Mal schauen, was wir alles zu schaffen in diesen 15 Minuten Ah, tada Burger Nummer 1 Boah, schmackufatz Hm, ich will noch einen Tada Burger Nummer 2 So, ich glaube Danach bin ich satt Hm, nee, noch einen Noch einen Tada Burger Nummer 3 So langsam fühlt sich mein Magen aber Aber Einer geht noch Einer geht noch Tada Burger Nummer 4 Ja, ich denke der Ja, der Stoff beim Magen Das reicht jetzt So, 15 Minuten Pause Habe ich sinnvoll genutzt Und ich denke Jetzt kannst du weiter gehen Hm, lecker Und weiter geht's Nach dieser schönen, leckeren, erfrischenden Werbung Können wir endlich weiterspielen So Direkt du dreckiger Geh und aufs Stumm schalten Wieder Die neuen Nachjoiner Weil die ja immer so viel am labern sind Boah, das leckt bei mir übelst Oh Zu zweit Da hätten am Nicht am schimmeln In dem Sinne Die sind ja da gespawnt Können nix dafür Aber Naja 10,8 Die Runde ist übelst Dreckig Allgemein Nur weil mich der Schimmler Die ganze weggeholt hat Dann Kam ich dann nicht mehr rein Letzter Abschlusscam Ja Ich habe glaube ich Der Letzter Abschlusscam Wie man das bei mir so oft sieht Haha Wenigstens das Und habe ich die? Habe ich die? Jawohl Sprayer mit SVU So und die zweite Round Und es geht weiter hier Das ist ja schon die 23. Episode Day Von RobDocomander Die Zeit geht um Die Zeit geht um Ihr könnt euch vorstellen Pro Episode sind das ja Drei Matches 3 bis 4 Spiele Die nach Alter wie schnell war der denn da ey Like Speedhack und so Auf jeden Fall Könnt ihr euch ja ausrechnen Wie viele Spiele wir schon gemacht haben Und wir schauen dann mal am Ende Wie das ganze Endergebnis aussieht So ich nehme erstmal B ein Der Einzelste hier Noch hast du Zeit B einzunehmen Beeil dich und Na Ich weiß jetzt nicht ob du die Punkte noch bekommen hast Ah ich hätte mal schon Like Orbi und so Ah der kämpft ja wieder mit seiner scheiß Waffe Da kann ich vergessen rein zu gehen Okay den holen die schon weg Ja den holen die schon weg Geradeaus so lang zu laufen hat keinen Sinn Da sind so viele Aber den kann ich jetzt hier wegholen Taktikmaske vor der Wien Da hinten ist ein Hardskop Hab ich keine Chance Hier warte ich jetzt mit Absicht Jetzt hol ich mir den Oder du holst du den Sehr schön So da hätten sind wir noch diese Hardskop Da kann ich nicht langlaufen Das ist schon ziemlich ätzend Wenn die so spielen Jetzt hab ich ne Sniper Ich will keine Sniper Man ich will die haben Dankeschön Oh jetzt hat er die Waffe gewechselt Dieser Typi Ja dann nehmen wir mal 10 mit ein So wie viel Uhr haben wir denn Ah wie viel Uhr haben wir denn Wir haben noch so viel Gegner Ja ich weiß nicht Doch 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 jetzt lohnt sich das Hälst zum rein zu zepfern Fuck Keine erwischt Taktik Einstieg habe ich zerstört Egal 50 Punkte Immerhin Bevor die aber da Den B-Posten so ein bisschen einnehmen Decke ich mal hier diese Gänge ab Mit meinem Blitzschlag Damit ich hier schön sicher reinlaufen kann So ich laufe jetzt gerade zu A mit dir Guck der nimmt der Wende Ach Wieder diese Wartezeit hier Mann 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 Ich werde diese Wartezeit mit paar Bildern Jetzt mal hier Ja Wisst ihr Bescheid So Und weiter geht's Da hinten ist schon wieder einer bei A Während man einen könnte man jetzt nicht 200 Punkte sichern Wenn der jetzt von da kommt ne Zum Glück liege ich in der Wiese In der Wiese liege ich Und da bin ich nicht Komm bitte krieg ich ihn Nein ich krieg ihn nicht Santana Santana, er klaut ihn mir. Aber natürlich nicht mit Absicht. Oh, das war jetzt ein Fehler und ich sterbe. Nicht. Orbital. Oh, ich liebe dich. So. Ich weiß, ich kann dich besonders reimen. Dafür aber sehr gut schleimen. So. Da ist der Zombie-Killer. Schön am Lachen hier. Na, 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 da kommt wieder einer um die Ecke. Ich nehme den zweiten. Ich habe den zweiten, kein Ding. Safety first. So, jetzt laufe ich auch zu A. Mit A habe ich reingenommen. Die Zeit ist sowieso jetzt um. So sage ich nur bei Schädel-Di-Dum. Noch einen Kill für eine Hellstorm. Den kriege ich nicht mehr. So ein Scheiß. Egal. So, Leute. Die Runde ist ja soweit. Ja, 19, 8, 4, 3, 7. Natürlich viel besser. Aber soweit gut verlaufen noch am Ende. Und ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Road to Commander. Bis dahin. Haut da rein. Und ich sage auch Tschüss von Fusion, da sein Headset leer ist. Ciao. Hat dir das Video nicht so gut gefallen? Hinterlass doch bitte einen Daumen nach unten. Hat dir das Video aber gut gefallen? Dann hinterlass doch bitte einen Daumen nach oben. Unten in der Videobeschreibung findest du den Facebook Fanpage Link. Wenn du da einmal drauf klickst, findest du auch den Like Button. Ein Klick nur auf den Like Button und du bist sofort informiert über alle Informationen, die über meinen Kanal gehen. Wenn ich ein neues Video hochlade, du kannst es nicht mehr verpassen. Wenn ich ein Livestream starte, du kannst den auch nicht mehr verpassen. Wenn ich Leute suche für Mr. Adi Sagt, die daran teilnehmen möchten, kannst du es nicht mehr verpassen. Also, möchtest du beim Mr. Adi Sagt oder anderen Videos daran teilnehmen, dann hinterlass hier einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Mr. Adi. Haut da rein. Und schau.